Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spathbores, Breath of Winter. Ja, wir sind gerade groß dabei, unsere Armee aufzubauen. Stehe bereit! Während hier große Nahrungslager errichtet werden, wahrscheinlich sollte ich noch ein paar weitere dann errichten. Und sobald ich meine ersten 10 Verteidiger habe, sollte ich mal weiter anfangen, Drachensteine zu schmelzen. Aber mit der Satz wird es da, die Torwächter-Drachensteine zu schmelzen. Kampfbereit! Endlich wieder kämpfen! Vorwärts, Zwerge! Ich war also gut. Geht es los? Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Kämpft, Männer! So. Haltet durch, Männer! Zum Angriff! Mein Angriff! Vorsicht, Gegender! Sie sind überall! Oh, da ist schon wieder bei der Heilerik gefallen. Sie sind hier! Das Gebäude ist fertig! Mir nach! Und los! Mir nach! Für die Rune! Und da ist Sport schon wieder. Dann halten, Männer! Die Linien müssen halten! Was wünscht ihr, Rune? Zur Ehre Aronius! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Alles klar! Das ist ein Hinterhalt! Ein Angriff! So, lassen wir die mal mit den Drachen spielen. Wer wird den Dinger mal schmelzen. So. Kostet meine Klingel! Mir nach! Und los! In die Schlacht! Warum ist da ein Torwächter-Drache? Ruf die Miliz! Was steht an dem Hinterhalt? Na, wartet! Wird gemacht! Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Das ist gut. Wir haben hier ein... Dir werde ich zeigen! Keines Problem. Sie greifen die Stadt an! Mir nach! Dir werde ich's zeigen! Ein Hinterhalt! Na, wartet! Feindlicher Angriff! Und wir haben unsere Schütze mal verloren, hm? Wir nach! Und los! Und los! Folgt mir! Kämpft Männer! Ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich tue noch den da kaputt machen. Am besten! Führe die Rune! Und lasse sie den... Feindlicher Angriff! Ableben! Schlag sie zurück! Geht es los? Nur zu! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Verstanden! Schnell! Und los! Mir nach! Wird langsam stressig, ey! Sch! 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 Feinde! Feindlicher Angriff! Hinterhalt! Netter Versuch! Jetzt bin ich dran! Feinde! Feinde! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Die Abrot! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Century Empowerов! Top 5 macht kräftiger Angriff ivs! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff für Department erwähnen, Feindlicher Angriff! Und repariert da die brennende Farm. Ach, nicht noch ein neuer Wächter-Drag. Oh. Okay, wir haben uns an. Schlag sie zurück! Haltet durch, Männer! Ein Monument wird angegriffen. Das kannst du da angreifen. Das kann ich mir jederzeit wiederholen. Mir nach. Und los! Lasst hören. Habe ich eine Wahl. Also gut. Wie ihr wünscht. Er fehlt. Also gut. Gut, du jagst den. Damit kann ich leben. Mehr Verteidiger. Und er braucht wer. Aua! Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Ja, na. Schon so gut wie erledigt. Niet half zur Ehre. Niet half zur Ehre. Das wird ein Meisterwerk. Verstärkt die Deckung. Habe ich eine Wahl. Feindlicher Angriff! Okay, wir haben wieder unsere Heilerin verloren. Meine Axt wartet schon. Hey, der Torwächter-Drache hat was getroppt. Meine Axt wartet schon. Das bräuchte ich übrigens noch einen Platz fürs große Haupthaus. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Unverzüglich. Nur zu! Auf geht's! Hier bin ich! Zu allem entschlossen! Ja. Kampfbereit! Geht es los? 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 Und los? Folgt mir. Da wird es Zeit, dass wir den ersten Torwächter-Drachen schmelzen. Und los. Ach, das passt doch super hier hin. Spuckt in die Hände, Männer. Schnell. Sofort. Zum Angriff. Okay, erstmal muss der Drache weg. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Vorwärts. Schnell. Der Drache da ist mir recht egal. Und los. Mir nach. Das Gebäude ist fertig. Zum Angriff. So, hier oben müssten zwei sein, ja. Sie sind überall. Unverzüglich. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Netter Versuch, jetzt bin ich dran. So. Altherz. Kampfbereit festem Schritt voraus. Habe ich gerade noch ein Feuerkristall? Nein. Okay. Die haben sich wieder aufgebaut. Dann lassen wir uns mal kurz hierher zurückfallen. Das Gebäude ist fertig. Kleinigkeit. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich das überhaupt möchte. Wird gemacht. Wird gemacht. Zerofart. Zerofart. Oh. So. Fertig.